Hallöchen meine Freunde und herzlich willkommen wieder zurück zu XCOM Enemy of Sin mit dem Mod Long War Season 4b. Wir stehen kurz vor einer Covered Operation und wir wollen Exholt nicht länger warten lassen und gehen da direkt mal hin. Covered Extraction, na? Na super. Eine vier Mann Mission. Da funktioniert es natürlich leider nicht mit den Assaults, oder? Man kann es ja mal probieren. Im Early Game könnte es vielleicht noch klappen. Wir brauchen definitiv einen Scout. Hugo Watchtar schon den Battle Scanner Perk. Dementsprechend nimmt er mir noch ein paar Granaten mehr mit. Und dann nehme ich mal wieder ein paar Assaults mit. Wenn es geht, werden wir versuchen, uns nicht mit Exholt anzulegen, sondern da einfach mal lebendig wieder rauszukommen. Jo, das ist der Plan. So rauszukommen, ohne dass wir überhaupt bemerkt werden. Könnte funktionieren. Wir haben alle Nachgangsspezialist. Wir haben einmal Hit and Run. Wir haben mehrere Granaten. Wir haben Battle Scanner. Oh, ich weiß, was ich vergessen habe. Ein Motion Tracker. Gut, unser Operative hat einen dabei, aber ob das reicht, ist die andere Frage. Das Problem auf der Map ist halt bei dieser Covered Extraction, dass wir Exholt nur insgesamt zweimal entwaffnen können. Alles andere ist schon bereits tödlich. Und die haben halt nicht ganz so viel Feuerkraft dabei, wie bei einer Data Recovery. Gut, dann werfen wir erst mal einen Blick auf den Motion Tracker. Und stellen fest, dass hier links von uns... Ähm, ich möchte aber, dass du hier lang gehst. Gehen... Also, oder, beziehungsweise rechts von uns. Alter Rechts-Links-Schwäche. Ich hoffe mal, dass hier nichts weiter ist. Ich bin auf dem Move. Soweit es geht, müssen wir uns da unbemerkt durchkämpfen. Ich bin auf dem Move. Ich hoffe mal, dass wir in der nächsten Runde an den Sender rankommen. So, was gibt es da als nächstes zu tun? Aye, aye, Commander. Erstmal natürlich die Gegend mit einem Battle Scanner aufdecken. Mal prüfen, womit wir es eigentlich zu tun haben. Ich wünschte, ich hätte mehr Battle Scanner dabei. Hier ist schon mal nichts. Hm. Ich würde mal vorschlagen, wir bleiben auf dieser Linie. Nicht, dass wir zu viel Aufmerksamkeit erreden. Also, wir haben hier definitiv reichlich Bewegung. Und wenn wir alle Gruppen gleichzeitig pullen, haben wir ein Problem over 9000. Oh, ich bin wieder dran. Sag's doch. Na gut, ich könnte da mit Running Gun rankommen. Hm. Dafür müsste ich erst mal hier hin. Also, wenn wir ungesehen hier hin kommen, dann steigen unsere Chancen in die Mission. Ich komme in die nächste Runde nicht dran. Ein Feld fehlt mir. Dann würde ich mal sagen, gehen wir mal hier lang. So weit, so gut. Wow, habt ihr den... Habt ihr diesen Patzen da hinten gesehen? Wie viele Gegner sind denn das ungefähr? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Wir könnten eine Chance haben, die auszuschalten. Schmeiß mal denen einfach mal einen Battle Scanner auf den Kopf. Der hier sollte reichlich aufdecken. Nun gut, was haben wir denn da? Die Frage ist, kommt ihr da mit Running Gun rein? Nein. Moment mal kurz. Wie viele haben wir denn? Eins. Nichts übersehen. Das ist das Wichtigste. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Nochmal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Zehn. Wir sehen definitiv zehn von denen. Jetzt müssen wir herausfinden, wie dicht können wir da ungesehen rankommen, damit wir da auch in der nächsten Runde mit Running Gun einfach reinmarschieren können. Und dann, das bedeutet dann halt zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 13, 14, 15, 16, 17. Bis hierhin kommen wir ungesehen hin. Nun gut. Das Problem ist, wenn hier im Gebäude was drin ist. Oh. Dann wird's ein bisschen kritisch. Ich kann's eigentlich nicht riskieren. Gehen wir einfach so dicht dran, wie's geht. Affirmative. No need to ask twice. Eigentlich könnte ich mich da ungesehen vorbeischleichen. Naja, was heißt hier ungesehen? So, was macht ihr? Bleibt ja da alle stehen. Tummelet ihr euch noch ein bisschen besser auf ein Fleck. Hm. Ah, eine Gruppe enttarnt. Ach, rett doch nicht alle weg. Na, dann würde ich mal sagen, lassen wir die Spiele beginnen. Mhm. Erstmal abchecken, wie weit wir laufen können. Gut, hier muss ich erstmal Platz machen. Dann geht Informauser als erstes rein. Los geht's. Ich hoffe mal, es keiner von den Close Combat oder so hat. Hi. Ja, ist in Ordnung. Ihr seid gleich alle entwaffnet. Von daher, kein Problem. Da haben wir schon mal drei Flankierungen. Bukunu, du rennst als nächstes. Gehst mir allerdings hier hin. Da werden halt noch ein paar mehr von ihnen rennen. Und dann noch einmal Run and Gun. Und unser Scout geht einfach mal der Vollständigkeit halber mit. So, dann schauen wir mal, was wir da machen können. Ich weiß. Hm. Ihr beiden rennt mir definitiv weg. Da hab ich ja fast schon freie Auswahl. Erstmal auf die flankierten Ziele. Dann kann ich nämlich zweimal schießen. Nee. Funktioniert halt nicht mit Running Gun. Stimmt. 100% auf den. 90% auf den. 90% auf den. Nun gut. Der wird durch Close Combat Spezialist getötet. Der vielleicht ebenfalls. schießt mal auf den da. Hm. Missed das Target. Naja, dann hacken wir mal. Ach, da kommen wir definitiv in der nächsten Runde ran. Von daher kein Thema. Können wir da ein bisschen Schaden zufügen? Nicht von hier aus, wie es aussieht, ne? Und so viel Deckung soll ich den auch nicht zerstören. Naja, jeder Schadenspunkt zählt. Von daher, los geht's. Ich hoffe mal, die kommen nicht auf irgendwelche Gedanken und werfen irgendwelche Granaten oder so. Das hab ich nämlich nicht mit einkalkuliert. Genau, der erste rennt. Und lädt nach. Ja, das ist das Problem. Wir sind zu dicht aneinander. Ich bin zu dicht aneinander. Genau, dasselbe Problem. Aber es ist trotzdem herrlich. Ach soll's. Der rennt mir ein bisschen zu weit weg, wenn ich ehrlich bin. Nichts gut. Naja, die müssen wir erstmal all entwaffnen. Äh, nein. Erstmal den Operative hier rüberziehen. Dann können wir weiter gucken. So, Hugo, du gehst mir mal hier hin. Und schaust, dass du die Deckung hier irgendwie wegsprengst. Gut gemacht. Gut gemacht. So. Dann geht mir... Was haben wir denn alles aktiv? Äh, sechs Operative und zwei Medics. Das sollten wir hinbekommen. Nun gut, aber ich glaube, ich werde hier erstmal nachladen müssen. Genau, lad erstmal nach, dass hier zu viel Munition verschossen. Du wartest bitte. Ein Vermauser ist hier der Nächste. Noch genug Munition. Schieß mal auf den. Gut. Und dann lädt es dir auch noch nach. Nicht, dass er inzwischen durch die Munition ausgeht. So. Endlich müsste ich mich schon langsam auf den Weg hier hin machen, zu den zwei Medics. Aber ich glaube, es sollte mal genügen, wenn ich erstmal hier auf den hier schieße. Genau, weil wenn der erstmal rennt, dann ist er platt. Ähm. Hat da irgendjemand Munition von denen? Das hätte ich vorher prüfen müssen, ne? Na komm, hecke einfach. Das ist es, Commander. Wir haben das letzte von den Daten gekriegt. Jetzt müssen wir nur unsere Operative zum EVEC-Punkt bringen. Wir haben ein neues Objektiv. Ach so, wir sind ja immer noch dran. Nun gut. Kriegen wir hier vielleicht mal mit Running Gun noch einen Kill zum Stande? Das wäre schön. Ich hoffe mal, dass du viel Schaden machst. Gut. Ein Kill für unseren Operative? So gehört sich das. Spart ein bisschen Munition. Der läuft. Der funkt. Das war mies. Aber der gehört uns. Und der ebenfalls. Du bist erledigt. Oh, du überlebst es mit einem HP. Das wird ein Fall für unseren Operative. Hm, du bist ja mutig. Oder feige. So, jetzt wird es interessant. Hätte hier vielleicht verschwinden sollen. Eins. Zwei. Nun gut. Noch ist ja nicht aller Tage Abend. Also, du holst dir erst mal den hier. Adios, Bucacho. Gut. Für dich ist der mit dem ein HP reserviert. Was haben wir denn alles aktiv? Vier Operatives. Zwei Medics. Ich glaube, das ist Medic Nummer eins. Hm. Ich glaube, ich brauche da eine Granate. Also, ein, zwei, drei, vier Operatives. Ein Medic. Wo ist der zweite Medic da hinten, oder? Nö, das ist ein Operative. Also, da wird es kritisch. Also, wie geplant, holst du dir mal den hier. Hm, jetzt muss ich wirklich überlegen. Moment. Irgendwo müssen wir eine Deckung wetsprengen. Das ist wahrscheinlich hier. Genau. Fangt da erst mal. Ich hoffe, dass das die Deckung auflöst. Macht es auch gut. So. Dann geht Infamauser mal irgendwo hin. Das ist das Problem. Oder er schießt jetzt einfach. Moment. Genau. Machen wir erst mal den hier platt. Hit and run. Dann gehst du hier irgendwo hin. Ich habe ja noch ein bisschen was. Hm. Jetzt fehlt mir genau ein Schuss. Weil, unser Operative macht den hier platt. Dann könnten wir dem hier die Deckung wegsprengen und den platt machen. Das ist wirklich ein Problem. Naja, die machen zum Glück nicht viel Schaden, würde ich behaupten. Die zwei sind weit weg. Auf der Bewegung. Okidoki. Also erst mal dem hier die Deckung wetsprengen. Dann geht unser Agent mal bitte hier in Deckung. Und erledigt den. Gut. Ich bräuchte mehr Hit and Run, Leute. Dann wäre das schon alles erledigt. Und falls du ihn nicht tot bist, solltest du dich mal hier hinstellen. Du hast natürlich auch die meisten Hitpoints. Gut. So, also die größten Sorgen machten wir jetzt dir. Und was machten die beiden hier? Oh, oh. Der rennt. Und er schießt. Und er trifft, böse. Das war richtig mies. Oh, das Ding kann explodieren. What? Hm. Also dann. Was haben wir denn noch? Da kommt jetzt keiner mehr oder wie oder was oder wer. Na ja, du hast zum Glück keine Verletzung davon getragen, oder doch? Ich glaube schon. Hm. Na dann, auf in den Kampf. Hugo killt mir den hier. Kalisha schaut mal, ob sie den da holen kann. Wobei. Das Problem ist, ich kriege den hier nicht flankiert. Na ja, komm, ich hab Run and Gun, also was soll denn der Scher... äh, der Spaß. Dann sagt er hier mal Bye-Bye. Ja, unnötige Verletzte. Das war schlecht. Hier hinten haben wir auch nichts mehr verloren. Dann würde ich mal sagen, Bye-Bye. Dann dürfte keiner mehr von denen übrig sein. Und hier laden wir mal unsere Pistole nach. Nun gut. Man bräuchte deutlich mehr von diesen Dingern hier bei solchen Covered Extractions. Du haltst dich erstmal selbst. Das war wirklich unnötig, diese zwei Schadenspunkte hier. Und aktiv ist niemand. Gut. Schau mal, dass wir hier die Gegend irgendwie absichern. Es ist Kieler-Zeit. Ich glaube, du wartest ja ein bisschen auf den Infamauser. Na dann bitte hier. Oh, da oben. Eins. Zwei. Und drei. Nun gut. Dann erstmal hier rauf. Und den Sniper-Plot machen. Oh, ich hab' ich ja komplett vergessen. Ähm. 100% oder 100%? Überleg' ich mir noch. Oh, und du hast kein Running Gun. Ah, der Typ freut sich doch bestimmt über einen Banknachbarn. So, die Frage ist, kannst du den von hier unten sehen? 81% reicht das? Nicht ganz. Moment mal kurz. Den erledigen wir halt einfach mal kurz. Pauschal gesagt. Oh, und das ist leider kein Running Gun mehr. Ein Marksman, zwei Medics. Gut, dann schießt du mir mal bitte auf den. Sehr schön. Und mein... Äh, ja. Mein Operative. Geht mal hier direkt hoch, holst du dich noch einen Kill. Dann passt die Sache. Und der Schaden, den ich da gefressen hab, der war wirklich mehr als ärgerlich. What? Bist du das Wahnsinn, du kannst doch nicht aus der Entfernung, ähm, mit deinem Dings da schießen. Das geht doch nicht. Nee, 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 nee. Geht's auf, Commander. Exalt-Forces are moving in your Strike 1. Ein Medic. Gut. Ein Operative. Weniger gut. Schlimm ist, wir kommen hier nicht raus. Kannst mir doch bestimmt den einen Medic platt machen, oder? Gut, kannst du. Was haben wir denn noch aktiv? Ein Operative, ein Marksman und ein Medic. Das ist jetzt der Marksman. Ein Operative und der Medic ist weiter oben. Hm, dash mal hier rüber. Auf den Weg. So. Dann gehe ich mal davon aus, dass unser Agent den hier platt machen kann, aber ich muss hier irgendwie in Deckung stehen bleiben. Die Frage, siehst du den von hier aus noch? Nein. Hm. Das ist schade. Weißt du was? Kalisha kümmert sich hier um den hier. Sag mal bitte Tschüss. Hm, unser Operative könnte mal ein Overwatch probieren. Schau, dass ich da nicht ganz hoch komme. Geh mal hier rüber und check mal deine Chancen aus. Wenn der sich bewegt. Ach, das ist ein bisschen wenig. Das Problem ist, dass wir einen Highground-Brunus haben, aber zum Glück nicht treffen können. Gut, der hier ist erledigt. Da kann kommen, was will. Ich glaube, beim nächsten Mal versuchen wir einfach hier rein und raus zu kommen, ohne gesehen zu werden, weil das hier ist einfach zu riskant. Hugo, kannst du mal kurz? Ist ja eh der Letzte, oder? Genau. Dann würde ich sagen, adios Muchacho. Danke Bradford und ich hoffe mal, dass unsere Leute nicht allzu lang verletzt sind. Ich hoffe mal, dass zumindest unser Operative bis zur nächsten Mission wieder einsatzbereit ist. Naja, zumindest haben wir ganz gut XP gefarmt. Das ist ja auch schon mal was wert. 32 Tage. Oh. Naja, bei 32 Tagen kann ich jetzt wirklich eine Zeit lang überlegen. Yibukun ist nicht verletzt. Hugo ist nicht verletzt. Und Khaleesa ist auch nicht verletzt. 19 Tage. Oh. Ich muss Assaults ranschaffen. Naja, immerhin eine Beförderung. 4 Mail kassiert. Intel decryptet. Possible Exalt. Oho. 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 Kurz in den Situation Room reingeblickt. Und in die Hände ist wieder gelb. Sehr schön. Und die Aliens haben 97 Ressourcen. Oh, ich meine Research. Minus 44 Bonus Research. 228 Ressourcen mittlerweile. Oho. Und sie sehen uns nicht als Bedrohung an. Hm. Hm. Und wenn sie meinen. So, dann würde ich mal sagen, in der nächsten Mission muss ich einen weiteren Assault ranbringen. 1, 2, 3 haben wir ja. Aber ich glaube, Khaleesa übernimmt dann den Job des Operatives. Naja, 19 Tage. Da brauche ich nochmal ein Assault. Hm. Ich glaube, da bietet sich Lai Ying Song an. Genau. Du willst ja eh schon Assault werden. Letztlichen Glückwunsch, dass dein Beruf nicht verfehlt. Customize. Tint. Auf 11. Gut. Und dann würde ich sagen, meine Freunde, war es das von dieser Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.